Unser Ziel nicht aus den Augen verlieren. Ich denke, es war alles mega, mega verrückt und jetzt wird es mal Zeit, dass auch wieder Erfolge kommen. Da sagt schon jemand Hallo. Hallo, hier ist die Nancy. Wer hat es geschafft? Wer ist bei mir? Na, eben habe ich sie doch gehört. Eine Frau. Ja, hallo, hallo. Nee, jetzt ist sie weg. Hallo. Hallo. Ja, nun ist sie doch wieder da. Wer ist denn da? Hallo? Hallo. Hier ist die Nancy. Können Sie mich hören? Nee, anscheinend nicht. Hallo, hallo. Ja, ich spreche schon. Ja, hallo. Ich habe gar nichts gehört. Daniela ist mein Name. Ja, dann freue ich mich. Jetzt doch. Ich grüße dich auch, Daniela. Was machen wir denn zusammen? Ja.